So, meldet sich nochmal die Polizei und zwar hat sich nicht viel geändert. Nochmal der Hinweis, hier findet jetzt und heute keine Versammlung statt. Daher bitten wir Sie, verlassen Sie bitte die Örtlichkeit, Sie können in die Parks gehen, Sie können überall hin gehen, verlassen Sie diese Örtlichkeit. Hier findet heute und jetzt keine Versammlung statt. Ebenfalls weise ich Sie nochmal darauf hin, dass um Corona zu vermeiden, die Ansteckungsgefahr gering zu halten, halten Sie bitte die Abstände ein. Das betrifft Sie jetzt in der ganzen Straße, das betrifft 1,50 Meter Abstand voreinander. Wenn Sie die Örtlichkeit verlassen, achten Sie bitte darauf, dass Sie einen Abstand von 1,50 Meter zueinander halten. Das betrifft Ihre eigene Gesundheit, also schützen Sie sich von anderen davor, verlassen Sie die Örtlichkeit, da hier und jetzt keine Versammlung stattfinden wird. Vielen Dank. Hallo, schön bitte die Regeleinheiten hier, Schutzmaßnahme 2 Meter. Vielen Dank, wir wollen euch ja nicht krank machen. Vielen Dank. Wurzeln! Pressen! Pressen! Pressen!